Ich dachte zwar, dass es hier keinen Ausgang gibt, aber so richtig. Na los, beeilt euch. Hier, entlang. Und hier kann er behalten. Wenigstens müssen wir uns keine Sorgen um einen Drachen machen. Zumindest im Moment nicht. Wo beim Reich des Vergessens sollen wir denn hin? Wo ist der Ausgang? Ihr werdet Himmelsrand nicht empfehlen! Oder was ist der Ausgang? Ja, regeneriert halt. Ich muss ziemlich nah ran mit dem Flumpen. Okay, wie weg ich wieder... Der Drücker im Spiel Kuhm, das ist für Frieden, weil wir sind und dann kannst du wirklich so gut ausfüßen. Das ist nicht gefallen. Alter, Frieden, markiert halt. Okay. Zeigt mir, was ihr könnt. Verdammt! Wir haben schon verloren. Das wird euch lehren, mich zu hintergehen. Sehen wir mal, ob ihr ein Gelegteiter auslösen könnt. Ah. Das ist mal den Bogen hier klauen. Okay, ich trage mal wieder zu viel. Äh, R. Ähm, noch ein bisschen kompliziert, mich hier einzufinden mit der... Die ist besser. Mal sehen, wo das hier hinführt. Okay, das finde ich ein bisschen komisch mit dem Favoriten, ja. Oh, grab sie. Und, da entlang geht es nicht zurück. Okay. Wir hatten noch Glück, dass das nicht über uns zusammengebrochen ist. Kacke. Wir gehen besser weiter. Sicher finden die anderen ihren eigenen Ausweg. Okay, hier kriegt es aber gerade richtig an mit Fraps. Können wir vielleicht am Wasser liegen hier? Oh, das sieht richtig geil aus. Dieser Weg führt nirgendwo. Wir sollten es wohl besser hier entlang versuchen. Ja, auch doch. Ich werde die Chiraffin ein bisschen runter machen oder die Auflösung, damit Fraps hier nicht zu dermaßen abkackt. Ja, der geht nicht mal vor. Warte mal, einen Moment. Können wir die jetzt speichern? Ja. Jetzt mache ich mal an dieser Stelle hier Schluss. Äh, und... Wo ist es gerade für sich rein? Und werde mal was an den Einstellungen machen. Also bis demnächst. Ciao.